Moin! Nicht erschrecken bitte! Wir sind freundlich! Ja, nicht drauf drehen bitte! Ja, voll freundlich! Ja, genau! Was? Ja, voll freundlich? Habe uns doch nicht mal gescheit aufgerissen und schuldet zu uns. Was? 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 Ich weiß, es ist PvP-Server. Nein, wir wollen nur friedlich vorbeiziehen, keine Sorge. Ach so, deshalb schießt du mich an. Ach so, ne, das ist noch ein anderer Mario. Mario, komm, komm weiter, das ist noch ein anderer. Das sind zwei Tribes, die sich da aber grad bekabbeln. Geil, ey. Ich dachte, die beiden gehören zusammen. Ja, dachte ich eigentlich auch, ja. Herrlich. Direkt voraus. Oh ne, schaffen wir den? Ach klar, schafft ihr den. Wer ist nämlich grad beim Bronto noch beschäftigt? Denk vom Level ab. Ja, lass mal erst den Bronto mit dem rumfummeln und dann, ja. Rumpfummeln? Interessant, was hier so los ist. Ich mach ungern so einen Vierer, mal kurz. Echt? Hm, ich mag Vierer. Vierer to go. Ah, okay, die sind tot, komm, geh mal hin. Auf! Eui, 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 eui. Oh, ne, dreht um, dreht um, dreht um, dreht um. Warum? Hier ist der Rudel, ah, los. Oh, ne. Aber vielleicht sind die nur low. Ich frage das. Ich soll jetzt machen. Hat jemand den? Äh, keine Chance. Warte mal, ein Fernglas. Hab ich nicht. Hat jemand eins? Ja, ich hab eins. Dann, warte mal, ich hol mir das mal eben ab. Warte. Anni, bei dir ist ein Raptor, geh weg. Ach, ja. Los. Oh, ich, ich, boah, ich hab grad Scheiß. Kaputt latschen. Fernglasansicht, ich seh grad gar nix. Und dann steckst du wieder weg? Ich bin irgendwo im Wasser. Äh, der Diva hat dich angespuckt. Ja, scheiße. Bin ich? Ach so. Ah, okay. Aua, punk. Irgendwas hat mich gepunkt? Ja, der Bronto rastet drin. Ach so, Archie. Vorsicht, Alex. Du. Boah. Komm her, Bronto. Lass uns tanzen. Hm. Ach, hau da ab, du Scheißvogel, ey. Der Archie, ja. Ich schieß mit drauf. Der weh, du triffst mich? Nein, ich treff dich nicht. Wer wachst du? Der ist doch noch Level 12, kann doch mal sterben. Na, ist doch gut. Level ab. Anni, kannst du mir kurz dein Fernglas ins Para legen? Ja. Ja, mach ich. Nein, du klaust mir jetzt nicht mein Kinn. Kommt sofort. Äh, ja, ist drin. Jo, danke. Kann ich nämlich mal vorlaufen und gucken. Ja, genau. Wir können ja, wir könnten ja, ich weiß natürlich nicht, ob da was gebaut ist. Ich vermute mal schon. Äh, hier beim... In der Nähe von dem komischen See gibt es da so einen Canyon da. Da ist auch eine Plattform in der Mitte, ob man da irgendwie drauf bauen kann. Weiß nicht, ob die groß genug ist. Ja. Level 4, Level 12. Alos. Hm. Ja, okay, ne, ist jetzt nur noch irgendwie ein Level 4. Na dann, dann sollte das doch gehen. So. Ja, da ist er. Links ist noch ein Rex, oder? Ja, eine Sekunde. Oder ist das der Alu? Links ist ein... Alu. Huch, jetzt hat er mich gesehen. Ich bin... Ey, ich häng im Moshops fest. Hm. Hau zu, hau zu, hau zu. Einfach Schaden machen. Mach ich ja, aber der... Ja, der ist gleich tot. Parra macht grad gar nichts mehr. Ja, der ist gleich tot. Okay. Warte, ich bau den nebenab. Ja. Ich wollte mit dem Parra-Shot immer mal hier im Alu hängen, ey. Von einem Mann, kleine Base, ne, die kann uns nichts tun. Die ist ja nicht weitertragisch, oder? Weißt du ja nicht. Rampeln, weil einfach ein. Klar, wir haben ja nicht genug Stress heute. Ne. War auch noch nicht. So, was ist denn da? Was kommt denn da? Geht ja immer mehr. Ein Rhino mit Reiter. Ah, hier ist ein Rhino. Mach Hallo sein. Okay, Ahnung. Nein. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter rennen. Ja, der tut uns nichts, wir tun dem nichts. Genau. Und jetzt hier rechts rüber, dann irgendwie. Vorne an der flachen Stelle. Ja. Okay, da kommt uns auch nicht hinterher. Super. Ein Rhino wäre jetzt echt gefährlich gewesen. Hm. Schön im Rage-Modus. Kann das ein Parra-One hitten, ja, oder? Ja, mit Sicherheit. Ja. Noch ein 50er schon. Ah, ich hab ne Möwe hinterher. Ah, der ist aggro. Ah, die scheiß Möwen. Echt? Naja, die Möwen nerven einfach. Da ist wieder ein großer Bronto. Mal hier rüber. Gibt's noch kleine Brontos. Na, nein. Also Baby-Brontos. Baby-Brontos. Da geht's da nicht rein. Aber stellt euch schon mal irgendwie ein bisschen safe in den Wald. Nicht, dass ihr da... Also du meinst hier links rein und dann rechts rein in diesen... Ja, hier vorne einfach, Alex. Ja, genau. Ah, sonst wohnen wir einfach in der Feldspalte, ey. Ganz ehrlich. Weißt du, wir suchen uns hier irgendwie rechts einfach so eine Ausbuchtung in der Wand, in der Feldwand und dann ziehen wir da ein und machen da ein Tor vor. Aber... Ne, vorne gibt's doch... Ne, da wo der Spino spawn ist, gibt's doch so eine kleine Bucht. Ja, vielleicht wär das echt in Ordnung, ne? Hier das Ding meine ich eigentlich, aber wenn hier schon jemand wohnt, dann bringt das nix. Ne. Die latschen uns sonst nur noch die Hütte ein. Oh, hallo Raptor. Hallo Raptor. Hallo Raptor. Ja. Vielleicht drei? Hinter dir, ne? Oh, der... Ja, ne. Der kämpft grad mit dem... Ikra. Wächst in mir. Ne. Ne, ne. Clemens. So nicht. Schade. Scheiße. Das wünschst du dir dann nur, ey. Ja. Ab und zu mal. Oh, Raptor. Hab'n liebler Dokus. Hoch. Oh, Entdeckernotis eingesammelt. Nein, nein, nein. Also hier gibt's ne Stelle, wo man bauen könnte. Die ist nicht komplett eben, die ist bestimmt nicht wunderbar, aber... Aber immerhin kann man bauen. Ah, das ist besser als das, was wir gerade hatten. Alter, du dreckst ab, doch lass mich in Ruhe. Dicke Schelle. Ihr seid aber links... Seid ihr unten durch den Canyon, oder links? Ja, wir sind unten durch den Canyon. Ja, wir sind unten durch den Canyon. Ja, wir sind unten durch den Canyon. Ja, okay, dann lauf' mal bis zum Ende. Ja. Oh, Glühmürmchen. Ne, ich brauche, ich brauche, ihr seht mich. Oh, jetzt. Oh, Standbild. Weiter links. Ja. Nicht zu dem Bronto. Ne, ne. Hier. Hier links. Naja. Was ist denn das hier? Oh, ein Trodon. Achtung, hier ist ein Trodon. Mhm. Ich dreh drauf. Jo. Ja stimmt, hier könnte man wirklich bauen. Da kann keiner von oben rein und äh... Ja. Also, gibt wahrscheinlich immer noch Angriffspunkte, aber ich glaube, das ist besser als die andere Base. Was? Wir haben vor der Klippe geguckt. Also, unsere damalige P-Plus-Klippe. Für eure oder wie? Da habe ich noch nicht geguckt. Aber kann ich ja gleich auch noch machen. Ja, da wäre auch gut. Also, noch mal ein Stück weiter, oder was? Ne, ihr wartet hier, ich renne kurz weiter. Uiuiui. Willst du den Helch haben, Alex? Äh, ja, ne, ich wieg zu viel wahrscheinlich gerade. Pff, wieder zu fett, oder was? Hm. Ähm. Ey, ich hatte ja auch. Ansonsten passt mal was da irgendwie in die Paras rein. Oh, der ist voll. Ah, hier passt noch was drin. Na, warte, ich habe auch eine Box mitgenommen. Kannst du noch, glaube ich, auch noch was? Ja, ich kann auch noch teilweise tragen. Puh, puh, puh. Was denn Stress? Ey, überhaupt nicht. Kann man so eigentlich nicht sagen. Was habe ich mich denn nur eingelassen? Du, das denken wir uns auch die ganze Zeit. So, ich bin einmal ganz kurz AFK. Ja. So, ja, okay, dann erstmal Ressourcen ranholen, eine Werkbank hinstellen. Ja. Und ich reite mal kurz mit dem Echt. Ich würde überlegen, ob es nicht mehr Sinn gemacht hätte, auf der anderen Seite vom Canyon zu bauen. Hier ist einer. Da ist einer. Hallo. Okay. Ich weiß aber nicht, wo der jetzt hin ist. Er war nackig und hatte Bolas bei. Okay. Ja, okay, hier hinten steht eine kleine Hütte. Eine ganz kleine. Der läuft gerade zu uns. Ja, ich glaube, der ist lieb. Ich glaube, das ist nur einer. Ja. Mhm. Der hat einen Terrorbörder am Arsch. Ja, hier stehen überall klitzekleine Hütten. Hier haben wir mal ein paar Spikes. Ja, trotzdem hätte ich fast gesagt, wir bauen eine Flammenreide vom Canyon. Metall für die Smithy, ne? Schade. Metal Ingers. Ja, ich glaube, Metall Ingers hatte ich irgendwie 20 Meter. Ah, ich habe auch 39 mit. Dann kann ich die Smithy bauen. Ja? Die baut jetzt keine andere. Ich baue die schnell. Ja, wir brauchen jetzt erstmal einen konkreten Plan. Entweder hier auf der Seite bauen oder drüben. Weil das Problem ist, hier an der Seite haben wir diesen scheiß Felsen direkt nebenan, wo ich mal in die Fallschirm runterspringen könnte. Und auf der anderen Seite drüben. Ja, den kann man ja mit einbauen. Ja, oder wir bauen auf der anderen Seite drüben. Da haben wir gleich mehr Steine und mehr Holz. Ja, den können wir auch. Also ich bin hier gerade drüben, da müssen wir vorher einiges wegholzen. Nee, das ist doch kein Problem. Wir bauen da eh Holz. Also jetzt geht es rüber oder was, dort wo das Pacerino ist? Ja, da wo Alex gerade ist. Da wo ich gerade bin, jo. Okay. Äh. Hä? Wer liegt denn hier? Aber hier macht das ein Konto. Hier ist halt direkt vor unserer Haustür auch einer, ne? Hier liegt einer bei uns. Hä? So meine Lieben, da bin ich wieder. Ach Clemens, du machst das. Was? Du lagst hier rum. Und ich dachte, da liegt irgendwer Fremdes, ey. Einfach drauf treten. Gut, dass du mich nicht angegriffen hast. Danke. Direkter schießen. Smithy hab ich gebaut, ne? Ja, aber bau die jetzt hier drüben hin. Ja, die hab ich nur im Inventar jetzt. Ähm. Warst du Spings und Alex, ob wir da bauen können? Bauen können wir da, ja. Aber? Ich bin auch mal am Lake. Warte mal. Ja, im Lake selbst hat keiner gebaut. Ach doch, da. Ich fände die Stelle nämlich ziemlich geil, wo wir ein Primitive Plus gebaut haben, wenn man da wieder baut. Achso, da. Ne, da, da ist voll. So. Achso, schade. Bin hier. Okay, brauchen wir eine Foundation oder das, ne? Ne, Foundation hab ich. Ähm. Dann einfach, dass ich Smithy gleich drauf bauen kann. Na ja, warte. Soll ich die Truhe leer machen, die drüben war? Äh, Truhe leer machen? Ja. Ja. Ja, ganz gut. Wir haben jetzt das noch drüben. Hm. Ja, aber worin geht's denn jetzt? Andere Seite Canyon. Genau gegenüber von der Foundation. So. Gut. Wir brauchen noch Steine, ne? Hm. Gerade erstmal Holz. Echt Holz? Ja. Dann schlage ich gleich wieder Holz. Weil ich fahre eben grad Steine mal ohne Ende. Ja, brauchen wir eh alles, also. Das muss. Na. Boah, ich parke einmal. Okay, ich parke den Elchen nicht rum. Standbild. Na? Na? Ist ein gutes Standbild. Na, aber nicht, dass es jetzt quescht hier bei dir. Das wäre schade. Oh. Okay. Glück gehabt. Ist aber erst irgendwie seit kurzem so, dass es so extrem ist. Na. Weiß auch nicht, was wir da gemacht haben. Na, ich parke die ganzen schwachen Tiere schon mal in den Toren drin. Ja. Dass er keine Viecher, die er angreifen können, das wäre ärgerlich. Wenn die irgendeinen Kano auffrisst mal oder so. Wenn der ins Wasser geht zum Trinken, ähm, da ist ein Kano. Juhu. Na, ich hab grad Wasserschläuche in die Bank gepackt. Oh, super. Oh, cool. Ja. Und schlug neben. So, warte mal mit den B-Motoren erst mal. Mhm. Gucken, die wir dann noch brauchen. Ich bin gespannt, wann hier der erste angeschissen kommt. Hoffentlich gar nicht. Hm. Bin ich auch mal gespannt. Bin ich auch mal gespannt. Man wird ja noch träumen dürfen, ne? Ich will nicht immer angeschissen werden. Ich will auch mal anscheißen. Ja. Auf jeden Fall. So, äh, also Smitty dann... Moment. Ähm. Haben wir denn jetzt irgendwo schon einen Platz, wo die dann... Na, drin. Ja, ja. Hier unten. Moment. Du hast doch grad auf die Formations geguckt, als du reingerannt bist. Ja, hier. Die sehe ich jetzt. Wenn du rein rennst, da siehst du die Formations. Ach da! Boah, betriebsblind. Ja. Ja. Die Formation von Leute von Nations nicht, ne? Ja. So. Ähm. Dann brauche ich jetzt einfach mal irgendwo hin. Ja, ja. Ich meine, die Hütte müssen wir da hier nochmal umbauen. Ja. Bitteschön. Ja. Ich werde gleich mal ausladen. Ja. Ich kann ja gleich mal rüber rennen und gucken, ob da noch an das Viehzeug rumrennt oder sowas. Aber warum? Freut sich Alex, dass ich den Pico-Massax gerettet habe. Pfff. Ein Traum. Das Schultertür. So. Ich geh mal rüber gucken. Mal spionieren. Mal spinksen gehen. Oh, ey. Jetzt ist aber hier mega mit Leck. Einmal spinksen gehen, Mario. Mhm. Übrigens hat Mario letztens das Wort spinksen auch verwendet, als wir vom Einkaufen nach Hause gekommen sind. Oh, hier. Ich muss mal auf die Uhr spinksen. Ich so, was? Da habe ich ja noch mehr Wörter verwendet, die völlig auch von der Rolle sind. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch gesagt habe. Beispielsweise. Das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch nicht unbedingt hat. Mal an die Foppen. Ja. Foppen. Irgendwas. Noch zwei, drei andere Begriffe. Naja. Das sagt man doch. Klar. Oh, da ist ein Alpharex. Ach du Kacke. Was? Nein. Doch. Level? Zwölf. Zwölf. Ja. Ist doch easy. Den mache ich mit meinem Para. Ich glaube auch, ey. Das will nicht sehen. Ah, fuck you, ey. Ey, naja, dann müssen wir mal hier schnell zubauen. Das hilft nicht. Ne, der macht das kaputt. Ne, der reißt alles ein. Ja, zugebaut ist schon, aber also. Der macht ordentlich Randale, ist das Problem. Das müssen wir einfach weglocken. Der muss einer anhauen und dann wegrennen, nackig. Ja. Ja. Dann mal los, Alex. Weil. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Der ist einfach gerade rüber. Ist doch so, Ani. Ja. Einfach gerade rüber von der Base aus. Den kannst du gar nicht verfehlen. Das Problem ist, der ist ja auch so wahnsinnig schnell. Naja, hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen mehr Ruhe haben. Ja, ich hoffe auch, ey. Wäre einfach schön. Dass wir jetzt noch ein bisschen was wuppen können, jetzt in den paar Stunden, die wir noch haben. Insgesamt. Ne. Gucken wir einfach mal, dass wir ein bisschen Spaß haben. Ja, das wäre vielleicht auch einfach anders gelaufen, wenn die Rohstoffe nicht direkt weg gewesen wären, alle am Start. Ja, klar. Ja, das war halt echt das Problem. Wir hätten ja gar nicht so nah craften. Der ganze Berg einfach zugebaut war, ne. Und wir halt auch heute nichts farmen konnten mehr vernünftig. Wir hatten keine Munition, nichts. Also es war halt echt alles futsch. Keine Reserven gab. Ja, wirklich gar nichts. Da drüben brennt Licht. Was Licht? Na gerade rüber. Oder ist das vom... Ne, 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 das ist das. Ach so. Sonnenuntergang. So, ich hab mal unser Lagerfeuern gemacht. Jo, sehr gut. So, wollen wir zähmen gehen, Mario? Äh, jo. Ich hab auch Fleisch reingeworfen. Boah, ist das düster. Boah, leck. Mhm. Gerade vor Sekunde Verzögerung ne Zielansage gehabt. Mhm. Ich auch. Hm. Geht nicht so. Ah, ich hab nen Kängur von mir. Gleich mitnehmen. Ein unbemanntes. Äh, war leider beim... Und ein Polovia. Oh, die guten Polovia. Ich schwimm. Ich bin schneller im Wasser. So. Es liegt. Es liegt. Ja, sehr schön. Puh, sehr schön. Na so, du hast Mecho schon. Perfekt. Na dann schauen wir doch mal weiter. Wir brauchen noch ordentlich Setschi. Setschi, ja. Hol ich sofort. Jo, das wär cool. Mach ich. Ich hab keine mehr. Jetzt ist weg. Ah. So. Ist das ja auch gerne. Okay. Mit. Achso, Iterizino-Sattel brauche ich jetzt nicht. Jetzt sieht man wenigstens auch wieder was. Hm. Boah, da oben ist tote Hose jetzt, ne. Ist nichts mehr am Leben. Ich glaub, die haben ganze Arbeit geleistet, die Archies und die Wölfe. Hm. Scheinbar. Das sind die schon wieder so schwer. Die Bären. Da sind nur noch Archies. Kann man kurz gucken am Strand oder so, ob da irgendwas ist. Oh, hier sind Wölfe. Oh, hier? Weiß nicht, ob ich die kaputt habe bei der Schluchter. Wo das Sarko war. Weiß nicht, ob die hier hochkommen. Ne, von unten dürfte ich nicht hochkommen. Doch, da ist eine Rampe, wo man hochkommen kann. Aber die kommen nicht, okay. Ja, aber die KI ist, ne, also. Mhm. Das stimmt. So, Tetschi. Na, Polovatierchen, geh weg. Spring dich gar nicht an. Wo hast denn das? Das ist hier direkt vor mir am Fluss. Beziehungsweise nicht am Fluss. Oh mein Gott, da kommt's hochgeflogen. Das kann fliegen? WTF, ey. Was, das kann fliegen? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Die springen dich aber an. Ja, aber das ist, hallo, wie ein UFO. Ging das hier steil. Das ist ein UFO-Tierchen. Ja, hier kommt's. Evans. Polovatierchen. Ah, da. Ja. Hast du eine Boda mit? Nee. Schön. Oh Mann. Du? Nee. Na, sehr gut, ey. Oh, wieder vorbereitet. Bester Dialog. Oh Mann, ey. Nee. Richtig gut ausgerüstet wieder, ne? Ich hab ja nix. Ex alles da gelassen. Ja, ich hab ja nichts, ey. Das schießt alle. Ja, ich hab auch extra alles da gelassen. Scheiße. Aber es steht wieder lieb rum. Nein, es steht nicht lieb rum. Lauf, 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 lauf. Ich hab Hunger. Auflauf. Mario, was machst du? Oh, auflauf? Knallst doch einfach ab. Auflauf, lauf, 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 lauf. Auflauf, lauf, lauf, lauf. Auflauf, lauf. Abknallen, oder betäuben, oder totschlagen, oder weiß ich nicht. Irgendwas. Ach, hier ist ja Lake Pearl. Ach. Das hängt fest. Ist es irgendwie wieder blöde? Nein, ist es nicht. Ist das für Level? Weiß ich nicht, die steckt drin. Das tut weh. Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Okay. Alter, bleib hier, du. Weiß ich springen. Bleib hier, du feiges Drecksvieh. Gibt's auch nicht. Das liegt. Komm, totschlagen hier. Träcksvieh. Träcksvieh. Totschlagen. 16 kommen hier. Stürb. Mit der Axt, ey. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig, ey. Hauptsache, das Flieh 86 heilt, ey. Sehr schön. Ach, Uro, du warst den gerade schon kaputt? Welches Level hat der Elf? 112. Wo? Geradezu, da, warte mal. Ach, brauchen wir nicht auch so eine Archie-Kralle, oder so? Oh, ohne macht das nichts. Ah, geil. In keinen Sinn. Eine Schleuder. Ja. Ja, ich geh mal kurz Bolas holen. Was brauchen wir denn für die Bola? Da brauchen wir noch eine Heid, oder so. Bola? Ja, hast du? Heid, Sedge, Fiber und Steine. Da brauchen wir nur noch Steine, dann baue ich hier. Boah, 460 Meter. Ja, ich geh halt erst einmal Bären holen. Ich fahr mal grad wieder. Ich würd ein bisschen Fleisch oder sowas nehmen. Oh mein Gott, Mario, komm mal zu mir. Wo bist du denn gerade? Na, bei der Rampe hier. Wo es, wo der Sarko ist. Komm mal gucken. Da hängt in einer Spalte jetzt ein Wolf drin. Ne, zwei Wölfe und ein Sarko. Guck mal, die kommen da nicht raus, die Trottel. Na ja, warte mal, bis sie rausspringen hier. Mhm. Ah, schon wieder Hunger hier. Heimliche Viecher. Bin dafür, dass es mal regnet, wieder. Warte mal kurz, Herr Clemens. Hm. Ja, Bola. Ach, ich habe sogar noch was zu trinken. Achte auf einmal. Na ja, ist aber lieb. Haben wir gebaut. So, das Problem ist wahrscheinlich, ich google hier irgendwo anders hin gerannt, ey. Die Archis gehen wir jetzt nicht auf den Zünder. Ja. Seid mal gerade zu. Der ist noch nicht normal. Der ist Level 12. Wo sind seine Mädchen da? Wie geht es dem Mammut? Der ist rechts. Keine Ahnung. So, ich kann ja mal nach schnell Spinks und gehen. Beim Archie, hinterm Archie. Am Baum. Ja, das Weibchen. Ja. That is it. Ja. Die Archies fressen alles auf, ne, wenn es liegt, oder? Ne, dann müssen wir die ja vorher abknallen, machst ja extra Schaden gegen die, oder am Brust. Dann machen wir die erst vorher weg und dann... Dann pulle ich mal den Archie. Ja. Ja, ja, ja. Schau mal her, du kleines Flattervieh. Ein Flattervieh. Gibt's auch vorüber. Hast du zu Fächer guckt? Da ist ein Level von dem Vieh? Keine Ahnung. Können wir kommen. Ja. Alex, ich hab das gesehen. Pst. Mach dir schon wieder Unfug. Nein. Nein. Wie immer. Nein. Ja, er blutet aber schon ziemlich stark. Oh, diese Lecks. Leck. Kann grad fünf Wände setzen, bevor ich, bevor eine überhaupt wirklich gesetzt war. Mhm. Super. Okay, ist tot. Kopfschuss. Wo ist ne Hellchen? Ja, vorne. Hier, genau. Komm her, du blödes Insekt. Komm her. Kannst du schon mal umlegen? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich komm her. Ich komm her. Ich komm her. Ich komm her. Du blödes Insekt. Ja. Oh, du geiles Insekt, du ey. Hauptsache, ich find wieder alle Sachen. Komm, Benjamin. Mach mir das nicht. Du hast so lange Fühler. Hm. Zeig mir deinen Stachel. Oh Gott. Clemens, du sagst, oh Gott. Du musst sagen, oh Gott. Ich war Clemens, wir haben das nicht. Oh Gott. Was? Nein! Der liegt noch nicht. Herrlich. Warte, wie viele Pfeile brauchen der? Zu viele. Ich komm nicht nachher. Warte, ich boh da noch mal. Ja. Der wird halt nur irgendwann immun dagegen. Jetzt liegt. Achso. Na toll. Du blöde Kuh, du. Im wahrsten Sinne. Ja. Oder hell ich Kuh. Aber legt ihr die jetzt da noch um, oder was? Ne, die liegt schon. Ja, die haben wir flachgelegt. Cool. Spaß mit Tieren. Ja, ja. Mhm. Äh. So. Ich hab, äh, links, äh, linksbären hab ich reingepackt. Mhm. Ich geh mal kurz an den Mammut gucken. Ja, mach mal. Ich bleib hier. Den komischen Geiern nehmen wir mal auseinander. Was liegt denn hier totes? Andilo. Brauchen wir eh noch die Krallen, oder nicht? Stimmt, ja. Ne, also, doch, Ora hatte schon die Krallen. Achso. Ja, ja. Immer mitnehmen. Ja. Wir brauchen ja mehr als zwei. War nur darauf bezogen, dass ich die schon aus dem Tier rausgeholt hab. Die richtige. Doch, die, ne? Ja, ja. Das ist die für den Helmskin. Ja, und die heißt schon immer so. Achso. Ich dachte mal, Nerdy. Haha, geil. Nee, die heißt so wegen dem aus, äh, Jurassic Park 1. War doch Nerdry. Ich erinnere mich nicht mehr an Jurassic Park 1. Der wurde von Indilos aufgefressen. Und deshalb heißt die Brille so. Achso. Der olle Dieb. Mhm. Genau. Der, der diese Dinger da geklaut hat, der ganz am Anfang war das. Mhm. DNA. Genau. Kann schon mal einen Mammutsattel bauen. Mammutsattel? Ja. Ja? Nö. Fällt aus, ne? Ja, in so einem finanziellen Status würde ich sagen, na, ist nicht drin. Ist nicht drin. Ist nicht drin. Ist nicht drin. Ist halt nicht drin, sorry. Ist nicht wahr. Ja. Wir können auch noch einen Rhino zähmen, ne? Einen 40er. Naja, das hab ich schon gesehen, ja. Aber ich hab ein bisschen Sorge, dass du zähmen. Warum? Geht schon. Irgendwann den Canyon locken und dann... Ja, da geht's, klar. Aber halt nicht hier in der freien Pampa. Was kann man denn hier noch nebenher kommen? Gibt's auch irgendwo einen Eingang in die Base, ohne dass man ein großes Torf machen muss? Äh, noch nicht, ne. Wollts auch eigentlich gar nicht geben. Äh... Mal gucken, was hier los ist. Woher? Wo ist denn hier? So, nach unten. Ja. Ja, Clemens, wollt's grad was sagen? Ähm... Ja, ich krieg halt ne langsam Schaden hier einfach ein bisschen. Ja, aber passt. Hast du das schon? Der gehört... Der langsame Schaden. Mario! Also wenn jemand... Du kleiner Frechdachs. Wenn jemand lange weiter hat, Fleisch auseinander zu stacken, ich hab mal 500 in die Bank gepackt. Ja, super. Ja, ich hab die ganze Zeit schon was im Inventar. Ja. Oder auf dem Grillhorn. Ist da was drin? Oh, ich muss auch mal wieder noch ein bisschen. Sehr schön.